Äh, gut Ist nämlich was Gutes für euch, außerdem ist der Preis noch besser als der letzte... Yippie-Fleische? Reiseschnecken-Skartore Welches Tier stellt sich tot, um Reisenden in ihrer Besuchstümer zu stehen? Ich noch nicht habe, äh... Okay, also es ist... Äh, halt von dem Fern. Ähm, große Casino in Rainbase. Das ist... Rain-Casino. Na-na-na. Na-na, Krokodile. Ist euer Preis. Ja-ja-ja-ja. Rain-Casino. 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 Cool, es gibt drei. Neues Quiz für uns. Ja, leider sind es ein greatline Quiz für Alabaster. Oh, für eure Antworten. Äh, okay. Ja, wenn die mal nicht so viel labern würden dazwischen, ah... Dann einfach mal das Quiz starten. Abzeichen der Quizforscherin. Ich steckse Kräger an der Bastas. Wie heißt der seltene Riesenwolf, der es nur im Sandorafluss gibt? Oh, okay. Das ist eine Spezialität. Äh, Sandoraseewolf. Dafür? Ah. Bill. Äh, Bill oder Falco. So. So. Hm. 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 Was ist das? Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Mal sehen. Wett, war noch nicht fertig. Ähm, da. Oh, Lebenspunkte. Hm, hm. Da ist er! Na also irgendwann anders mal. Gut, 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 gut. Wollt ihr nach Rain Bay ist, dann müsst ihr durch die Hühne da vorne ganz gleich, wie gefährliches darin ist. So, dann campieren wir mal kurz. So, machen und sowas. So, mal die Enzyklopädien angucken. Ja. Gut. Gut. Die Leute quatschen sich nicht unbedingt. Oh. Hm, 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 hm. Äh, höh, drei Runden lang Angriff, Verteidigung und Momom 5. Oh. Was machen wir hier? Ja, geh! Gut. Sollte reichen... Trickbällchen? Mach's! Ach so, das beschneidet sich mit dem anderen. Okay. Gut, das hätten wir. Gut, das ist ein Wettbewerb! 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 Okay, dann gehen wir! Okay, dann gehen wir in den Schrauben. Dann gehen wir in den Schrauben. Wenn du schon wieder zurückgekehrt hast, dann gehen wir in den Schrauben. Dann gehen wir in den Schrauben. Ah, okay. Ihr seid einfach nur normale Gegner. Gut, dann gehen wir in den Schrauben. Dann gehen wir in den Schrauben. Okay, der Schrauben. Der Schrauben, der Schrauben! Der Schrauben ist nicht zufrieden! 22 für Zorro. Ui, gerade noch so umgedreht. Hei, das Gebiet von Zorro innerhalb von einer Runde. Ah, schade. Sie blutet. Und dann bin ich sie draufgegangen. Ok. Geht's los! Das ist mein Wunsch, oder? Dann mal los, Robin. Trenta, Flur! Flick! Was? Jetzt geht's! Ich glaube, das war der, der angegriffen hätte. Ich glaube, das war der, der angegriffen hätte. Jetzt geht's! Ach, kein Punch. Ärgerlich. Geht's los, Mann! Ich hab' nichts anderes gemacht. Geht's los! Wir brauchen noch einmal angucken, böse und dann Fütterung. So. Jetzt ist es ein Punch, natürlich. Maximal SP, sehr gut. Und Robin macht einmal Punkt. Ich hab' den Arm-Wipe. Okay. Jetzt gehen wir kurz. 1.700. Oh. M. 4. Mix. Juhu. 2. 1. 1. 2. 3. Es ist gut, dass wir das immer wieder tun haben. Die Welt der 3-Tou-Ryu! Die Welt der 3-Tou-Ryu! Noch wieder! Los geht's! Spargy! Wo? Jetzt? In diesen Kapitän Usopp! Jetzt geht's los! die gehörer die hat gesessen erst mal alles weg gekrattet Jetzt noch eine Truhe. Zack. Irgendwo was zu futtern liegen, was Sanji noch mitnehmen kann. Nicht so aus. Hat der Nami noch irgendwo was an Monetas zu sehen? Äh... Sieht tatsächlich auch nicht so aus. Oh Gott. Äh, wenn ihr weitergeht, kommt ihr zu einer Wiesenhöhle, die ist größer als sie aussehen. Gefährliche Bewohner, seid vorsichtig. Ja. Alles gut. He, he, he. Minai Grubb! Mhm, mhm, mhm. He, he, he. 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 He, he, he. He, he. He, he. das reicht nicht sagen sie jetzt hier jetzt schon noch dran aber ich glaube es ist nach dem 22 22 das ist ein Bounty sehr schön das ist ein Tomate was geht genialer Sogekönig, ah das ist der Sogekönig du bist doch der geniale Sogekönig, ja ich bin der geniale Sogekönig, König der Scharfschützen nein der König der Scharfschützen ist der Scharfschützenkönig, außerdem ist Lissop viel besser dann mal los, äh das klappt, ich bin Käpt'n Lissop, es gibt keinen besseren Schützen als mich na gut zeige dir was ein richtiger Scharfschütze ist um okay snap Ha-ha! So, Sanji ist damit free... So, Sanji ist heute bereit. Der Geist! Der Geist! Wie macht es das? Nein, der Geist! Das ist gut. Oh... Oh, hey, fast. und schüsste so wie ging es damit besucht dann lassen wir unseren so gegen das machen ich habe verloren das aussieht haben sie haben selbst nicht jetzt kommt ja die rechnung die immer so toll aussieht mit oh guck mal da hätten wir drei millionen berry bekommen die gebühr ist 2,97 millionen berry und damit kriegen wir noch 30.000 oh wey hey ich kriege sieben kopfgelbziele in alabaster schwupp also mal speichern und heilen also das heilen speichern muss ich noch nicht ich kann nicht das immer gleich mitmachen aber ist egal ich will nicht runter ich will mich da nicht raus holen müssen so wenn wir uns noch mal ganz kurz drüber unterhalten wer sich immer irgendwo verläuft so 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 Hier aus mich ran. Geh mich da rüber. Wann er hier hin, ist klar. Geh mich noch. Dann kommen wir zurück. Ich muss mich noch mit dem Gewicht machen. Ich muss mich nicht mehr übernehmen. Ich bin aber nicht mehr so. Ja, ja, ja. Ich bin auch so eine Ahnung. Das ist aber egal. Ich bin ja auch. Ich bin ja auch. oder nicht also den lebten sieben schaden Noch ein Zauber. Du tschüss. Ein Yaya Würfel. Yaya. Warte mal, kann ich denn... Hier rüber? Ah, nicht. Ich meine, ja, ich kann halt hier hoch, zurück, aber... ...da drüben ist halt nix, ne? Wird wahrscheinlich dann von da irgendwo rankommen. Hm, naja. Ja. Ja. Ja.